servus freunde hier und ich begrüße euch zu unserem ersten item guide das wird eine reihe heute werde ich euch nur relics und consumables vorstellen also auf deutsch wahrscheinlich relikte und verbrauchsgegenstände und dann werden wir uns nach hinein irgendwann im nächsten video mit den physischen power items und so beschäftigen und werden allgemein darauf eingehen wann es sich lohnt diese items zu holen wann nicht aber mit den allgemeinen items warten jetzt noch bis season 7 sich ein bisschen eingeklinkt hat und weil sich da ja auch ein bisschen was an items ändert dann haben wir direkt alle items dabei und machen nicht jetzt eins und plötzlich kommen fünf neue items und die haben wir nicht erklärt darum warten wir mit den restlichen sachen so zu den consumables jetzt erst mal wer noch nichts weiß wer alles darüber weiß ist gut falls ihr noch was zu ergänzen habt lasst in den kommentaren wissen ich rede einfach ganz kurz drüber wann es sich lohnt etwas zu holen wieso oder wann er nicht also ganz einfach hp pot ups das wollte ich nicht nicht so genau so hp pot ist ein super starkes item also das wird oft unterschätzt ich kaufe es auch manchmal im late game weil du kriegst einfach 250 leben über zeit und dann setzt man zum beispiel kurz vorm kampf des pot ein und geht dann in den kampf bei 250 leben ist nicht wenig leute noch steckt es sich mit cell ist deswegen könnt ihr das ruhig benutzen aber später lohnt es sich nicht mehr beides zu holen weil das einfach keinen doppelten effekt hat habe hier vor zu beidem vor allem wenn ihr auch adc spielt leute ich würde immer in dem fall die multipot dem anaport bevorzugen also kauft als adc nicht hp und mana pot ihr braucht ihr nicht wenn ihr hunters blessing holt wenn ihr hunters blessing holt hunters blessing gibt euch mp5 und noch mal bei jedem auto tag kriegt ihr noch mal ein bisschen was an leben auch zurück ihr braucht es nicht hört auf die waves komplett mit fähigkeiten zu klären sondern benutzt eure auto tags und ihr werdet sehen ihr braucht keine mana pots ihr kauft euch zwei hp pots zwei multi pots und das reicht worts allgemein ihr wisst was es ist kauft euch worts diese wort hier ist eine wort die zeigt nicht gegen gegnerische worts an die cent reward wiederum kostet halt auch ein bisschen mehr aber zeigt eine gegnerische wort an wenn die dort ist und dann könnt ihr die gegnerische zerstörung kriegt 50 gold cellis kennt ihr wenn ihr auf der solange spielt ist es eigentlich ein must go item also bezahlt einmal 300 und es fühlt sich immer wieder auf mit drei mal also ihr habt einfach alle jedes mal wenn ihr die base zurückgeht drei hp pots gekauft im endeffekt mana chalice ist genau das gleiche lohnt sich in der regel nie zu kaufen chalice of oracle das ist auch ein verbrauchsgegenstand der aber die ganze zeit drin bleibt wie diese zwei und der gibt euch jetzt mal wenn ihr in die base zurückgeht zwei worts ja das item lohnt sich relativ spät gegen ende da wir jetzt auch noch dieses consumable haben will man eigentlich gegen ende wenn man jetzt nicht unbedingt support ist und dass die boots verkaufen will will man geld sparen um das zu kaufen dann später noch ein item aber wenn ihr genug gold übrig kauft und viel worden ist später müsst ihr die ganze zeit worden ist es ein gutes item zu holen power pot nennen wir das ganz klein ganz knapp ist ein pot das könnt ihr für 500 gold kaufen ihr kriegt 30 power und eure fähigkeit machen auf 15 prozent extra schaden super item sowas ähnliches gibt es auch für magische hat ein bisschen andere werte aber super stark und ihr solltet immer wenn es später auf das late game geht wenn ihr die möglichkeit habt ein item zu kommen tier 1 item zu kaufen sagen wir ihr seid jetzt gerade am beenden geht in die base kauft alles allen dann könnt ihr vielleicht hier noch morningstar holen aber morningstar kostet 600 und ihr wisst das wird jetzt so der endkampf dann würde ich euch immer raten kauft euch ein power pot weil ihr habt viel mehr das ist fast ein ganzes item was ihr hier habt und ihr braucht ihr braucht nicht noch irgendwas neues einfach anfangen wenn es gegen ende zu geht oder wenn ihr gerade verteidigen müssen gegen ende und es geht gerade um alles dann kauft euch lieber ein power pot statt irgendein item der ersten stufe elixir of speed kennen die meisten wenn ihr komplett full build seid schon fast fehlen nur noch die schuhe verkauft ihr die schuhe und kauft euch das aber kauft euch das erste wenn ihr genug gold habt oder andersrum verkauft die schuhe erst wenn ihr genug gold habt für ein komplettes item oder minimum tier 2 item wie das hier so dann habt ihr nicht so viel einbußen weil okay ihr habt jetzt statt 40 power habt ihr 25 aber ihr habt noch mal 10 penetration das heißt es gleicht sich irgendwie aus aber für sowas hier nie die schule verkaufen elixir of defense kauft man eher selten weil du als support meistens du gibst so viel geld aus du kommst nicht dazu das zu kaufen aber wenn ihr die möglichkeit habt natürlich kauft es weil es hilft auch zum siegen von türmen und phoenixen und so und natürlich elixir of power wenn es gegen ende ist und ihr braucht einfach noch ein pust super stark kauft euch wenn ihr stirbt geht es trotzdem nicht weg wenn ihr bei den powerpods stirbt diesen halt weg dass die beiden bleiben so dann kommen wir noch vorher zu den start items genau also assassin's blessing ist einfach was den jungler braucht um im jungle überleben zu können es gibt kein anderes start item wo du so extra leben kriegst wenn du viecher tötest im jungle deswegen kaufen also ihr kriegt leben ihr macht extra schaden an jungle camps und ihr kriegt noch mal ein bisschen pen und movement speed wenn es auf maximalen level ist attackers spacing ist ein starter item das holt man das gibt es im conquest nicht aber im joust in arena wenn man schnell power haben will das gibt ihr super power spike genau gutes item kriegt man 20 power 10 penetration oder in dem fall 25 power defenders blessing ist auch so ein ding wenn man im joust oder auf deutsch schaumützel spielt oder arena und man spielt relativ aggressiv aber wir trotzdem gut verteidigung einfach haben dann holt man sich das hier guardians blessing support jeder support oder der wo auf der support rolle ist und der wo geld braucht geld ausgeben muss als support musst du geld ausgeben sollte sich guardians blessing holen ihr kriegt nicht nur extra gold pro minion assist ihr kriegt auch noch mp5 und hp5 pro minion assist also ist ein super item ihr braucht es als support um überhaupt mithalten zu können dann zum nächsten hunters blessing das haben wir ja schon erwähnt also ich würde hunters blessing immer ein tier 2 transcendence bevorzugen weil ihr einfach diese sustain habt dadurch ne also ihr ihr könnt statt mana pots multi pots oder sogar einfach nur hp pots holen wenn ihr richtig smart spielt und ihr kriegt halt 15 prozent attack speed ne und 15 prozent bonus schaden auf eure auto text 15 bonus schaden sogar nicht 15 prozent super item also ich würde es immer einem trans rush bevorzug aus ihr spielt jetzt in der mittel dann würde ich auch einfach auf tier 2 trends gehen weil ihr kriegt auch super gold das geht schnell specialist blessing ja wann kauft man das ich weiß nicht wenn jetzt meint ihr ihr kommt nicht anders klar und spielt helo oder so und ihr verbraucht viel zu viel mana könnt ihr das holen auf der solo läden aber es lohnt sich nicht also da geht man lieber schnell auf schuhe rüber guckt dass man die cooldown schnell genug kriegt und dann noch du mob und dann geht es also das würde ich eigentlich ja es gibt selten grund dazu das zu holen medias blessing in der regel starten heute ja alle mit boots bank kraft oder book of top man kann trotzdem es blessing noch holen auf bestimmten göttern also wenn man zum beispiel jetzt ein raar spielt und man will nicht boots rushen sondern ein bisschen länger auf der lane bleiben dann holt man sich mehr als blessing und halt zum spiel anfangsteil von chronos pendent Physische hier darauf kommen wir später also das ist dann später werden wir das in den allgemeinen item geist dann noch mal sagen aber auf jeden fall ja ihr könnt es doch schon mit anfangsteil von chronos pendent zusammen holen oder meinetwegen mit tier 1 von bank kraft geht klar warriors blessing nicht viel zu sagen weil wir holen sich das sind extrem tanky dadurch schon mal am anfang ne und wenn es fertig ist kriegen sie noch mal verteidigung 15 auf beider seiten komm wir zu den relics wir fangen einfach mal von links oben an und dann gehen wir runter cursed ang cursed ang ist halt ein relic was ziemlich selten gekauft wird ist mir aufgefallen also vor allem im low bereich ist aber ein super item wenn ihr jetzt zum beispiel ein gegnerische team die hehl habt und ihr habt einfach extrem viel heiler sagen wir haben herkules ihr habt da noch ein barren oder da ist eine terra oder da ist ein ra noch dazu und ein adc da lohnt es sich schon als zweites relic cursed ang zu holen sei es jetzt auf der solo lane oder auf der support rolle die anderen rollen brauchen da eher aggis oder beats oder sowas und das tolle an cursed ang ist ja nochmal nicht nur dass die gegner 50 prozent weniger heilung haben 14 sekunden wenn ihr cursed ang upgrade und das solltet ihr später machen statt ein item neu anzufangen kriegen gegner die grad von heilung betroffen sind wenn ihr es eingesetzt habt 50 20 prozent mehr schaden aus allen bereichen also minions machen mehr schaden jeder gott macht mehr schaden bei denen also das ist heftig auch tower deswegen dieses item ist wirklich gut wenn die gegner sehr viel healing haben vor allem wenn sie eine heilung team haben da macht es in dieses item zu kaufen muss man nicht viel sagen wenn jetzt gegnerische kombos habt die einfach mit einem schlag dich auslöschen können so zum beispiel sagen wir in kugelkahn oder ein poseidon all diese sachen wo in kurzer zeit sehr viel schaden an euch vorsagen können lohnt es sich äggis zu holen der upgrade von äggis reduziert hat einfach den cooldown muss man nicht viel zu sagen das macht euch einfach immun gegen schaden für wie lange 1,5 sekunden sprint nennen wir das ich werde es weiter sprint nennen weil heavenly wings viel zu lang ist also sprint 1 ist gut aber wenn jetzt auf der dual lane sei zum beispiel als support und ihr wollt es aggressiv einsetzen dann würde ich euch empfehlen mit dem zweiten zu starten mit der upgrade version weil die version entfernt auch noch mal diese so sozusagen diesen penalty dass ihr wenn ihr autotext macht langsamer werdet sondern ihr seid einfach ihr verliert keine geschwindigkeit bei autotext das gibt euch einen riesen vorteil bei einem 2 gegen 2 weil die gegner weglaufen und ihr könnt ihr einfach verfolgen und die treffen ohne probleme ist ganz gut ist so einer der top sachen die man auf der dual lane holt oder einer der zwei sachen darauf kommen wir noch mal dann kommen wir mal zu blink blink ist einfach ein relic das euch zum gegner teleportiert wenn ihr schaden macht oder schaden kriegt könnt ihr euch nicht weg teleportieren es dauert so drei sekunden und dann könnt ihr erst wieder ist so ein haupt item für eigentlich fast jeden jungler wichtig um aus dem nichts aufzutauschen und schaden zu machen die upgrade version gibt euch noch mal zehn prozent damage mitigation das heißt ihr kriegt weniger schaden insgesamt zehn prozent ist ganz gut lohnt sich auf jeden fall zum nächsten dies kennt jeder zweites voll von crowd control deswegen braucht man irgendwas um dem entgegen zu wirken und das ist so meistens das erste relic was die meisten sich holen also was geschieht angeht eine adc mages jungler holen sich es auch auf wenn die gegner zu viel cc haben zweite version reduziert den coolen zum nächsten teleport teleport ist so das haupt item auf der solo denn wenn ihr nicht wisst wann ihr zurück geht und ihr seid jetzt nicht ein gott der schnell zurück auf die legen kann zum beispiel ein zum wukong oder was gibt es noch was schnell in die lane zurück gehen kann ein ja hilfe das war nicht überlegen was für götter gibt es dann noch ja zum beispiel eine peli oder so die die schnell movement speed haben oder sonst was also dazu kann einfach rüber gehen und er ist da und ihr sicher gehen wollt dass sie nicht zu sehr hinterher fällt weil ihr die wave nicht kriegt holt euch teleport ansonsten wenn ihr euch relativ sicher seid könnt ihr natürlich etwas anderem starten und ihr startet nichts und kauft euch dann wenn ihr zurück geht ein relic wenn ihr jetzt dominiert auf der sololand könnt ihr sagen okay ich hole mir was was ich aggressiver nutzen kann dann hole ich mir kein teleport aber teleport ist halt auch so allgemein ziemlich gut vor allem die zweite version damit könnt ihr euch auch zu befreundeten wards teleportieren und das ist ganz gut im mid game könnt ihr aus dem nichts halten teamfights auftauchen und gut helfen meditation meditation ist so ein item ja es ist gut aber nicht in allen situationen also ich würde es auf der duale nicht schnell bevorzugen es sei denn die gegner haben den execute das heißt sie haben tanathos in aukwang wo man sagen könnt ihr okay wenn jetzt mal in die silo wird kann ich meditation einsetzen und kann ihn aus diesem exekutions modus rausholen da funktioniert es schnell kann das leider nicht aber meditation hat halt diesen nachteil dass was halten 99 prozent der fällen ist in smite in einem game ist dass die gegner antihil holten werden weil entweder ein support oder dann endlich hat sehr viel heal dein mitteliner hat und bank oft geholt und wenn du antil drauf hast und es geht ganz schnell mit zwei etwas hast du fast 90 prozent antil drauf sagen wir mal und du setzt meditation ein passiert einfach nichts zu kriegst amana aber leben nicht und da ist schnell ganz gut darauf hat antil kein einfluss du kriegst gut instant leben und wenn du es upgrade ist kriegst du noch mal was richtig leistet und zwar absorbiert jeder der von shell sozusagen eingekreist wurde die nächsten zwei auto attacks und bei dem adc im late game können zwei auto attacks schon mal gut 800 schaden sein also ein super item wenn ihr nie wisst was ihr auf der du dein holen gesollt holt shell ist so das haupt support item gerade shield of thorns shield of thorns ist ein relic was 40 prozent den schaden den ihr erleidet an den gegner zurückgesendet für 5 sekunden der schaden wird magisch zurückgesendet und das geile an thorns ist natürlich es ist gut bei göttern die über zeitschaden machen ein merlin ein kukulkan so ist ganz gut und vor allem wenn der gegner wenn jetzt zum beispiel seht der adc gegner hat zwei lifestyle items geholt oder anubis als gegner super super beispiel anubis hat zwei lifestyle items machen ja viele dann holt ihr euch schild auf thorns level 2 und wenn ihr das aktiviert kriegt der gegner nur 50 prozent der heilung als lifestyle statt 100 prozent und er kriegt noch mal diesen heftigen schaden selber zurück also wenn du das aktiviert wenn der gegner das aktiviert und du bist adc und du bist anubis greife ich nicht an vor allem wenn es ein support ist der das abgegratet hat du fühltest dich selber also super item holt man auch oft auf der solo lane als zweites und im einzigen eins ist auch ganz gut thunder rings wir die seite schießt nach vorne der haut ihr so lila pfeil nach vorne macht true damage 15 prozent des lebens also vom jetzigen lebens heißt wenn er 100 100 leben hat grad macht ihr 15 prozent von dem leben als echten schaden das heißt die verteidigung ist egal das sind 15 leben in dem fall ist super ist ein super item und nimmt ihn sehr viel verteidigung in diesem fall hier davor war es glaube ich so dass es so geinzelt war jetzt wenn ihr es upgradet wenn der gegner getroffen wird kriegt ja noch mal 20 prozent extra schaden das item lohnt sich viel im scharmützel in jauß zu holen im 1 gegen 1 wenn man sehr tanky gegner hat im conquest ja findet das wenig anwendung es sei denn ihr seid ein extrem aggressiver support oder extrem aggressiver solo laner der am anfang komplett eskalieren will dieses item ist komplett nutzlos brauchen wir nicht ignorieren vor allem im nächsten patch hat das gar keinen sinn mehr kann man ignorieren bracer bracer so ein item das ist am anfang sehr gut also vor allem mit joust das ist so ein haupt relic in joust weil es gibt euch den gesamten schaden welchen ihr in drei sekunden frisst kriegt ihr 40 prozent von dem schaden wieder als leben zurück also ihr kriegt 40 prozent des verlorenen lebens und mana zurück über die zeit die ihr schaden ist also wenn jetzt 100 100 der match kriegt kriegt ihr 40 leben zurück ist ein gutes item es lohnt sich nicht wirklich in eroberung zu holen vielleicht auf der solo lane wenn du jetzt irgendwie richtig aggressiv spielen willst du willst einfach nutzen aber da gibt es in der regel bessere möglichkeiten horrific emblem und auch ein super item das kann man holen wenn man zum beispiel ein sehr starkes early game haben will also man extrem aggressiv auch kämpfen will es ist so so ein äquivalent zu sprint nur hat das hier ein vorteil und ein nachteil also der vorteil ist halt der gegner bei der abgegradeten version oder sagen wir mal so bei der standardversion hat der gegner nur 15 prozent weniger tech speed also der gegner schießt einfach viel langsamer als du und du hast deine normale geschwindigkeit und er ist verlangsamt außerdem wenn man es upgraded macht es auf 25 prozent und den ihr schaden wird um 15 prozent reduziert das problem dabei ist dass wenn man eine zwischen sprint holt sprint den slow von horrific cancelt weil sprint dich auch immun gegenüber slows macht aber horrific hat halt noch im nachhinein gute vorteile also wenn man jetzt zum beispiel den gegnerischen phoenix oder so reingeht und eskalieren will ist es ein super item oder wenn sie zu dir reinkommen also horrific geht schon klar aber in der regel als support schall holen dann noch zum letzten und eins der unterschätztesten relics ist noch mal frenzy dieses relic holt man nicht als erstes weil es einfach nicht fürs team falls einfach gut ist aber wenn ihr ein starkes mit game habt wenn ihr aggressives mit game habt wenn ihr gut am dominieren seid und ihr wollt einfach ihr wisst euer team zieht mit und eure kämpfe sind als team und die eskalieren ist es super also frenzy gibt euch zehn prozent erhöhten schaden auf alles also auf fire giant tower phoenix goldfury und nochmal 15 prozent attack speed und wenn ihr euch wenn sie holt dann holt euch in der regel direkt upgrade wenn sie schon mal sage ich euch weil da kriegt ihr noch mal zehn prozent 10 penetration und wenn ihr friends die einsetzte wollten feier der entraschen es geht ratzfatz leute also wenn ihr wenn es gut läuft wenn ihr team bezieht frenzy ist auch ein super item um richtig power an start zu bringen und ja also wenn ihr jetzt den titan rushen wollt vom gegner aktiviert frenzy haut den runter 15 prozent attack speed bei jedem ist auch noch mal riesig super relic auch also das war so allgemein zu den relics und den consumer wills und den starter items ihr seht schon wie viel zeit auch allein das schon fristen also man kann das gar nicht alles auf einmal machen weil das sind so viele items ich hoffe das hat euch ein bisschen geholfen wenn es noch fragen gibt haut raus wenn ihr anmerkungen habt haut raus wenn irgendwas falsch war haut raus ich beleidige euch dann zwar aber macht's ruhig danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal fickt euch fickt euch fickt euch von herzen fickt euch fickt euch diese worte sind für uns von großer bedeutung sie helfen uns das auszudrücken was wir als firma anders sehen als andere bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020